Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face to Face, richtig nah von mir zu Hause, aus meiner Hood, im Refugio in Berlin-Kreuzberg. Und mein heutiger Gast ist Musiker und Aktivist. Er setzt sich für barrierefreie Events ein, aber dazu später mehr. Herzlich willkommen, Felix Brückner. Hallo Felix, schön, dass du da bist. Um jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus zu feilen. Du kannst eine Sache, die ich absolut nicht kann, aber immer können wollte, nämlich singen. Hallo, ich freue mich hier zu sein und ja, ich kann einigermaßen singen, würde ich sagen. Mit viel Training habe ich mich da hingebracht. Wie bist du auf die Idee gekommen, Sänger zu werden? Das war eine ganz romantische Geschichte eigentlich. Ich bin irgendwann im einzigen Proberaum im Dorf gelandet, von der einzigen Metalband im Dorf. Und so wurde ich so ein bisschen infiziert mit dem, ich möchte Musiker sein und werden. Und dann habe ich angefangen, auf der Akustikgitarre meiner Mutter Metallica-Riffs zu spielen. Und irgendwann kam dann die Stimme dazu, weil ich dachte, so schlecht klingt sie nicht. Ich glaube, wenn man da ein bisschen Arbeit reinsteckt, könnte was draus werden. Und wo hast du das gelernt? An der Hamburg School of Music tatsächlich. Das gibt's? Ja, und da macht man quasi eine Berufsausbildung zum professionellen Chass- und Popsänger. Und da bin ich in meiner Aufnahmeprüfung erstmal grandios gescheitert, weil ich nie vor Menschen gesungen habe. Und dann habe ich quasi vor der Prüfungskommission gesessen und dann soll ich eine Band anleiten, die mit mir spielt. Noch nie mit einer Band gesungen. Also das war ein Riesendesaster. Aber meine spätere Gesangslehrerin saß mit in der Jury und die hat gesagt, Felix, das war jetzt nicht komplett schlecht. Ich sehe da Potenzial. Und dann habe ich so ein Studiumsvorbereitungsjahr gemacht. Also ich habe dann einfach ein Jahr mich wirklich auch hingesetzt und habe tagtäglich Übungen gemacht, so Übungsroutinen entwickelt und war dann irgendwann an dem Punkt, weil ich dann auch angefangen habe, mit Leuten Musik zu machen, dass ich im Folgejahr die Aufnahmeprüfung dann geschafft habe. Und obwohl damals meine HNO-Ärztin gesagt hat, Felix, überleg dir das professionell zu singen. Im Sitzen, Bauchmuskulatur durch die Lähmung schwer, durch die Medikamente schwer, deine Stimmlippen schließen nicht richtig. Ich überleg dir das gut und umso stolzer bin ich einfach, dass ich jetzt mittlerweile sagen kann, ich habe eine Band, mit der ich irgendwie deutschlandweit unterwegs bin und einfach ein eigenes Album gemacht zu haben, ist einfach für mich super. Also ich bin super stolz da drauf. Aber was hätte denn schief gehen können? Das hätte halt insofern schief gehen können, dass ich gar nicht in der Lage bin, quasi über 90 Minuten zu singen. Dass die Stimme quasi nach irgendwie 30, 40 Minuten sagt, okay, Felix, das geht nicht mehr weiter. Umso glücklicher bin ich, dass es funktioniert. Ich habe gar nicht gehört, oder mir war gar nicht klar, dass das ein Problem sein kann, mit einem Querschnitt zu singen. Ich habe nur mal gehört, dass im Sitzen singen grundsätzlich schwieriger ist, weil man weniger Atemfreiheit hat. Was für Herausforderungen gibt es da noch? Also genau, das ist der Punkt eigentlich. Also singen hat viel mit Körperspannung zu tun, singen hat viel mit Luftkontrolle zu tun. Und gerade, ich habe auch nicht die gesündeste Sitzposition. Aber die gechillteste. Das kann einfach zu Problemen führen und zur schnelleren Beanspruchung von deinen Stimmlippen. Und das geht aber glücklicherweise. Das geht. Ich habe den Doku gesehen über Helene Fischer. Dann dachte ich, okay, man muss die Kunst nicht mögen, aber man hat, verdammt nochmal Respekt zu haben vor dem Handwerk. Weil die Dame ist ja eine Maschine, die rockt da einfach was runter. Und dann hatte die plötzlich eine Erkältung. Und das ist ein mega Versicherungsdrama gewesen und super viel Geld involviert. Was für ein Druck lastet auf einem, wenn du in einer Band der Sänger bist und ohne Sänger geht die Band nicht. Ja, das ist schon, also ich meine, bei ihr steckt natürlich noch was ganz anderes dahinter, also rein finanziell gesehen. Aber das ist einfach so. Man hat kein Instrument, wo man eine neue Seite aufzieht und dann funktioniert das wieder. Wenn du Probleme hast, wenn du dich schwach fühlst, dann ist deine Stimme auch schwach. Und wenn du krank bist, dann ist es halt einfach auch gefährlich, sodass du deine Stimmlippen irgendwie beschädigst. Und dass du dann einfach nachhaltig Probleme hast beim Singen. Wie achtest du denn auf deine Stimme? Ich habe aufgehört zu rauchen beispielsweise. Aber dann geht ja das Rauchige verloren. Das stimmt, aber ja, das beansprucht natürlich die Stimmlippen, macht sie trocken und trockene Stimmlippen, das will niemand. Ich versuche vor Konzerten warm zu trinken beispielsweise. Man macht immer Stimmübungen zu warm up, dass man quasi nicht... Genau, oder solche Sachen, um dafür zu sorgen, dass die Stimme gerade, wenn man jetzt mehrere Konzerte spielt hintereinander, auch am Ende der Woche noch funktioniert. Jetzt haben wir dem Publikum noch gar nicht erzählt, wie deine Band heißt. Und deine Band nennt sich Feels. Genau. Und ihr hattet auch die Gelegenheit, endlich wieder nach der schweren Corona-Zeit wieder vor Publikum zu spielen. Das stimmt. Und wie das aussieht, das sehen wir uns mal in einem kurzen Ausschnitt an. Take me, release me, set me free, I'm chasing the essence and balance of my, of my existence. I'm chasing the essence and balance of my, of my existence. Take me, release me, set me free, I'm chasing the essence and balance of my, of my existence. Take me, release me free. Ooh, yeah, ooh, yeah, ooh, is chasing me free. Gonna be, release me free, you at'll be free, you at'll be free, you at a... Das war die Band Fields mit dem Song Dark Waters live in Nürnberg. Ich habe dich beeindruckt. War das für dich ein ganz besonderer Auftritt nach Corona oder ist es einer von vielen? Definitiv war das ein besonderer, weil das auch quasi ein Konzert war von nur vieren, die wir spielen konnten mit Blick auf das neue Album. Und was in Nürnberg auch schön war, dass der Laden einfach auch ausverkauft war. Das war sehr, sehr aufregend wieder nach der Corona-Zeit und so, vielen Monaten ohne live zu spielen, wieder auf der Bühne zu stehen. Und umso schöner ist es dann, wenn es gut gelaufen ist. Wie entstehen denn die Songs, die ihr macht? Meistens setze ich mich mit der Gitarre hin und spiele drauf los. Und dann kommt irgendwas, was ich cool finde und dann schraube ich daran rum, bis ich irgendwie eine konkrete Idee habe und dann nehme ich die mit in den Proberaum. Also so war es zumindest in der Vergangenheit sehr, sehr häufig. Jetzt für die nächste Platte machen wir es so, dass wir wirklich alles komplett zusammen im Proberaum schreiben. Das heißt, wir treffen uns, irgendjemand bringt eine Idee mit oder wir entwickeln da eine Idee und dann ist es wirklich so noch ganz romantisch, jeder spielt dann dazu und wir gucken, finden wir cool, finden wir nicht so cool und dann entsteht irgendwie was. Habt ihr erst den Text oder erst die Melodie? Meistens erst das Instrumentalstück tatsächlich, so schreibe ich für gewöhnlich meine Melodien und Texte, aber es geht auch andersrum, es wird auch oft andersrum gemacht. Warum sind Songs eigentlich immer über die Liebe? Also ich werde oft gefragt, ob meine Songs ausschließlich über meine Behinderung geschrieben werden. Aber dann haben sie die ja nicht gehört. Ja, das stimmt. Und ich muss dann sagen, ey, meine Behinderung sorgt nicht dafür, dass ich mich nicht auch für ganz normale Dinge interessiere und Dinge tue und mich Dinge bewegen, die dann im Endeffekt in den Texten landen. Bist du der Einzige bei euch in der Band, der dann die Texte dann auch schreibt? Ja. Ja. Mir ist es einfach wichtig, dass die Dinge, die ich dann quasi singe, mit mir selbst zu tun haben, so ein Stück weit aus meiner Persönlichkeit herauskommen, weil es mir dann auch viel leichter fällt, die Emotionen dazu auf der Bühne rüberzubringen und grundsätzlich auch bei den Aufnahmen ist das wichtig. Ja. Wenn jetzt jemand um die Ecke kommen würde und den Knallertext schreiben würde und ich fühle mich da voll angesprochen mit, wäre ich aber auch nicht so stolz, dass ich sagen würde, nee, singe ich nicht. Also so weit geht es dann nicht, aber bisher habe ich noch die Texte alleine geschrieben. Okay. Aber weil du Sänger bist oder einfach weil das Team sagt, das kannst du am besten? Ich weiß gar nicht, ob ich am besten texten kann, aber irgendwie ist es so mit meiner Berufung zum Sänger geworden, dass ich dann gesagt habe, okay, oder auch erwartet wurde, dass ich einfach die Texte schreibe. Du hast dazu gesagt, dass die Texte irgendwas mit dir zu tun haben müssen. Haben sie dann doch auch mal mit der Behinderung zu tun? Ja. Also die Behinderung ist schon auch Thema, aber ich würde nie sagen, dass es das bestimmte Thema ist. Sondern einfach auch Erfahrungen, die man gemacht hat, auch mit Blick zum Beispiel auf Frauen, wie sie auf diese Behinderung reagiert haben. Ich hatte mal einen Fall, dass eine Frau offensichtlich interessiert an mir war und sie startete das Gespräch mit der Frage, ob das für immer ist. Und dann habe ich so gesagt, ja, das ist voraussichtlich für immer und damit war das Gespräch dann schon beendet. Solche Erfahrungen, die ich dann halt in Songtexten aufgreife beispielsweise. Wenn ihr jetzt alles selber macht, Social-Media-Album-Produktion, heißt das, ihr kommt komplett ohne Management aus? Wir haben ein Label und wir sind auch sehr... Was ist ein Label? Also im Vergleich, ist es so wie ein Verlag bei einem Buch? Ja, also sie kümmern sich zum Beispiel darum, dass man quasi, die knüpfen dann den Kontakt zu Vertrieben und haben dann quasi, leiten dann quasi den Vertrieb zusammen. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass es ein kleines Indie-Label ist und dass wir da AnsprechpartnerInnen haben, die uns einfach auch in einer gewissen Art und Weise ein bisschen coachen auch, den Tipp geben, uns immer wieder auf die Füße treten, immer mal wieder zu wenig Social-Media-Aktivität zeigen. Und natürlich auch so ein bisschen das Bindeglied ins Business darstellt. Eure Band heißt Feels. Ja. F-H-E-E-L-S. Genau. Was bedeutet das? Ist das eine Mischung aus Feeling, Wheels, Heels? Exakt. Genau. Also es ist quasi die Verbindung aus Feel und aus Wheels. Und irgendwann kam ich mit diesem Vorschlag um die Ecke und es war der... Ich weiß nicht. Also Band-Namen zu finden ist eh immer so ein kurioses Ding. Im Endeffekt sagt man dann, okay, das ist der am wenigsten bescheuertste Vorschlag deswegen. Der macht auch in irgendeiner Art und Weise noch Sinn. Den gibt es noch nicht. Und let's go. Wir haben ja vorhin schon über Aufregung und Lampenfieber und so gesprochen. Hast du Tipps, wie man oder wie du damit am besten umgehst? Ich bin ein Typ, der kurz vorm Auftritt seine Ruhe braucht, der sich dann zurückzieht. Ich bin da nicht, also meine Bandkollegen beispielsweise sind dann im Publikumsbereich noch und schnacken. Und ich bin dann aber eigentlich im Backstage-Bereich und brauche meine Ruhe. Allein, ohne Band? Genau. Also die können schon reinkommen. Das ist alles gut. Aber ich mag dann die Ruhe und gleichzeitig mache ich dann aber auch so Warm-Up-Übungen. Also Kreise mit den Armen und mit dem Kopf und so ein bisschen körperliche Aktivität hilft mir, um so ein bisschen die Nervosität zu verlieren. Und dann hilft mir, die Erfahrung gemacht zu haben, dass es gut war. Also die Erfahrung gibt ein Stück weit Ruhe. Wenn du jetzt sagst, du hast so zwölf Auftritte gehabt oder mehr, gibt es schon sowas wie Gruppies und Fans und Leute, die Autogramme wollen und so? Ja, die gibt es tatsächlich. Also dieser Bühneffekt, der macht auch für Menschen mit Behinderung nicht halt. Zum Blick? Ja, voll. Und das spricht ja auch wieder für, wie normal Dinge eben werden können, wenn das irgendwie auch ein bisschen ein normaleres Bild wird. Und das gibt es tatsächlich. Natürlich bei uns in einem sehr, sehr überschaubaren Maß, aber das gibt es. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, da hieß es, wir sind der Raul-Krauthausen-Fan-Club. Ich so, was? Was gibt es? Seid ihr verrückt? Oft, aber gibt es einen Fils-Fan-Club oder ein Autogramm-Karten, die auch hinterher reisen? Bisher nicht. Also es gibt einzelne Fans, die tatsächlich weiter reisen, als wir das erwartet hätten. Also wenn wir Berlin Speise für Speise spielen, dass sie aus Hamburg nach Berlin kommen. Irgendwie schön auch. Ja. Dass man irgendwie mit der eigenen Musik so berühren konnte, dass Leute bereit sind, irgendwie vier Stunden ein Auto zu fahren, um sich ein Konzert anzugucken. Eine andere Sache, die ja oft zum Musik-Business dazu gehört, ist dann auch Videoclips machen. Wie ist denn da bei euch der Prozess der Kreation? Sehr unterschiedlich. Oftmals brainstormt man dann und überlegt, okay, was könnte denn da so bildlich dazu passen? Was kommt dem Text vor? Was könnte man aus dem Text aufgreifen? Macht man ein Video unabhängig vom Text? Und dann kommt meistens eine Idee. Und wenn die Idee da ist, dann geht es von da aus, genauso wie bei dem Songschreiben, eigentlich auch ins Drehbuch schreiben. Und dann kennt man Videografen, also Kameraleute, die das dann professionell machen? Oder macht ihr das selber mit dem Handy? Sowohl als auch. Also wir haben auch schon Videos gedreht, nur mit dem iPhone. Das sind auch schon schöne Sachen entstanden. Aber natürlich mit Blick auf professionelle Produktion von Videos und die Konkurrenz da draußen, muss man einfach auch schauen, dass man sich ein paar Profis an Bord holt. Aber die kriegen dann oftmals das Drehbuch von uns. Und dann geht es quasi darum, dass die sagen, inwieweit man das umsetzen kann, was wir uns da vorgestellt haben. Ihr habt einen wirklich sehr bewegenden Clip gedreht. Damals, als der rauskam, habe ich sofort gesehen und gecheckt und gedacht, eigentlich eine geile Nummer. Und der Song heißt Sharp Dressed Animal. Und das Video ist, wie würde ich sagen, ganz schön heiß. Es ist bewusst erotisch gedreht worden, ja. Weil es mir persönlich ein Anliegen war, meinen Körper als Mensch mit Behinderung, der einfach anders aussieht, aber für mich ganz normal ist, und eigentlich auch zur Normalität der Vielfältigkeit da draußen gehört, dass ich den zeigen möchte. Und weil es auch grundsätzlich um Sexualität in den Lyrics geht und so ein bisschen die Auseinandersetzung mit meiner Männlichkeit und dass die, obwohl man es von außen gerne unterstellt, nicht anders ist und zuweilen auch toxisch ist, wie bei nichtbehinderten Männern auch, ich mich dazu entschlossen habe, quasi bewusst erotische Szenen zu drehen. Und das trotzdem auf einer ästhetischen Art und Weise zu machen, aber einfach auch den Leuten Bilder zu zeigen, die in unserem Instagram, TikTok, Bilderbuch, Welt, Illusionen da draußen so oft nicht zu sehen ist. Und deswegen war mir das wichtig, das so zu tun. Was eine große Überwindung war, weil das war nicht meine Partnerin, du dachtest ja, es ist meine Partnerin, sondern eine professionelle Schauspielerin, die ich an dem Tag das erste Mal gesehen habe, die aber dadurch, dass sie so professionell war, durch zwei, drei Übungen sehr, sehr viel Nähe zwischen uns geschaffen hat und nicht mehr so viel Distanz und dann auch schon im ersten Take relativ schnell so ein bisschen die Berührungspunkte genommen hat, weil sie vorgeschrieben hat, in welche Richtung das geht und bis zu welchem Punkt das geht. Das war zwar vorher auch abgesprochen, aber trotzdem, wenn dann quasi eine halbnackte Frau auf deinem Schoß sitzt, war mir so das Wichtigste, dass sie sich wohlfühlt. Und sie hat quasi die Maßstäbe gesetzt, bis zu welchem Punkt ich gehe und gehen darf. Und dadurch war das dann eine ganz schöne Sache im Endeffekt, vor der ich sehr aufgeregt war und mich auch sehr viel Überwindung gekostet hat, weil ich jetzt auch nicht der Typ bin, der mit meiner Nacktheit so öffentlich umgeht. Aber mir war es trotzdem wichtig, ein Zeichen damit zu setzen, in dem überschaubaren Rahmen, den ich habe oder den wir als Band haben. Und wie der Clip aussieht, schauen wir uns mal an. Und wie der Clip aussieht, und wie der Clip aussieht, Also ich frage mich jetzt halt immer, wenn man Sex im Fernsehen sieht, Sex auf Filmen oder in Clips, das ist ja wahrscheinlich eher Arbeit als sinnlich. Ja, also es war, also rein mental, da bin ich ganz ehrlich zu keinem Zeitpunkt erregend, also so, dass man irgendwie sexuell gedacht hat oder so, sondern das war aufregend, gerade die ersten Takes, aber wenn man dann mal so zehn Takes gemacht hat, dann wird es dann halt einfach auch Arbeit, quasi diese, ja ist auch ein Stück weit Schauspieler natürlich, das wieder so hinzubekommen wie den ersten Takes, wo es noch ganz aufregend war. So, deswegen war das sehr anstrengend dann am Ende auch. Und wie unangenehm war das, dass, keine Ahnung, Tonmensch, Kameramensch und Lichtmensch und noch jemand irgendwie alles im Raum war? Ja, also das ist natürlich nochmal ein Punkt, auf jeden Fall, aber wir haben wirklich auch das Versuch so klein wie möglich zu halten, also wir hatten wirklich einen Kameramann dabei, wir hatten Tonmann dabei, mir war wichtig, dass noch eine zweite Frau mit am Set ist und quasi Laura nicht alleine ist und so war das ein kleines Team und so war es okay. Ja. Aber trotzdem, Überbindung und sehr aufregend. Ich habe ja eingangs gesagt, dass du nicht nur Musiker bist, sondern du dich auch engagierst bei der Initiative Barriero-Frei feiern. Und da begratet ihr Festivals, Konzertveranstaltungen und so weiter und so fort im Sinne von Barriero-Freiheit. Wie geht dir da vor? Also grundsätzlich gehen wir erstmal so vor, dass alle unsere BeraterInnen Menschen mit Behinderung sind. Weil uns das einfach extrem wichtig ist, dass wir und wir sagen ExpertInnen in eigener Sache sind, die tagtäglich irgendwie mit der Behinderung auch in der Kultur unterwegs sind. Das ist quasi die absolute Grundlage. Genauso wie die absolute Grundlage ist, dass alle unsere ExpertInnen quasi dafür bezahlt werden, dass wir nicht ehrenamtlich sind, sondern uns wirklich auch gut bezahlen lassen. Und das war ein Anspruch von Beginn an. Und dann ist es erstmal Sensibilisierung und Aufklärung. So erstmal überhaupt aufzuzeigen, wie sieht es denn da draußen aus? Was ist unsere Realität? Auf was für Hürden treffen wir? Was bedeutet für uns uns vielleicht das erste Mal, und das war ja auch für mich die Initialzündung, zum ersten Mal auf einer Veranstaltung zu sein, wo ich das Gefühl habe, ich muss mir keine Gedanken machen. Ich muss mir keine Gedanken machen, dass ich auf eine Toilette komme. Ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich irgendwie in die Konzertlocation komme, ob ich da gut sehen kann. Und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr da draußen unterwegs sein. Und das war ich einfach viele Jahre. Und mich anpassen. Weil es geht anders, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und so bin ich quasi auch zur Initiative gekommen und so haben wir das aufgebaut und beraten jetzt einfach deutschlandweit, schon mit Fokus auf dem popkulturellen Bereich, Veranstaltende, Festivals und Organisationen. Aber konzentriert ihr euch da vor allem auf das Publikum? Weil ich meine, du bist ja auch Künstler mit Behinderung, sei es das Thema barrierefreie Bühnen, barrierefreie Wechselbereiche und so weiter und so fort, ist ja auch nochmal eine Nummer, die wahrscheinlich sehr oft vergessen wird. Also das muss man auch ganz klar sagen, wenn ich mir rausnehmen würde, in barrierefreien Locations zu spielen, dann würde ich einfach gar nicht mehr spielen. Oder zwei Konzerte im Jahr. Also das muss man ganz klar sagen, gerade mit Blick auf die Locations, die wir spielen. Aber wir sagen immer, wir denken halt barrierefreien nicht quasi nur vor der Bühne, sondern auch auf der Bühne und hinter der Bühne. Weil im besten Fall holt man sich halt diese Expertise, die es ja draußen zu Genüge gibt, ins Team. Und dann hat man halt die Perspektiven tagtäglich in Planungsprozessen mit drin. Und ja, dann laufen die Dinge halt einfach auch viel besser und wir kommen irgendwann mal zu gleichberechtigten Zugängen für Menschen mit Behinderung, mit Blick auf Veranstaltungen. Die IBF, beziehungsweise Initiative Barrierefreie Feiern, für die du arbeitest, die haben auch das PULS Open Air in Kaltenberg beraten. Wie das aussieht, sehen wir uns jetzt in dem Clip an und was danach geschah, erzählen wir dann. Im ersten Jahr gab es gar keine Absperrung und da haben wir dann, glaube ich, mit Flatterband oder so irgendwas noch mal improvisiert. Die Gitter habt ihr quasi jetzt nach unten gestellt. Dass die Begleitpersonen, wenn sie dabei sind, sich da hinsetzen können, beziehungsweise sich niemand vorstellt. Richtig. Ich bin jetzt, ich bin jetzt der Klein, aber ich stehe so vor dir. Jeder Rollstuhlnutzende kennt das Phänomen. Wir bieten einen mobilen Gäste-Service für Besucherinnen mit Behinderung an. Ich bin ja auch selbst im Rollstuhl, also uns geht es darum, dass wirklich auch Menschen mit Behinderung unterwegs sind und das Gelände prüfen und helfen, das Ganze barrierefreier zu machen, sodass einfach Menschen mit Behinderung hier sich genauso sicher fühlen und wohlfühlen können. Schau mal, Felix, das ist die Scheune für die Evakuierung. Also wenn es zu Unwetterwarnung kommt. Aber quasi nur der mittlere Bereich? Genau. Und das wäre nochmal ganz wichtig, dass wir unseren Besucherinnen mit Behinderung rechtzeitig kommunizieren, wo sie hin sollen, wenn es zu einem Unwetter kommt. Dann kann man ja mal gucken, dass man proaktiv, wenn man sie sieht, auf sie zugeht und es vielleicht auch steht. Genau. Wir stehen hier vor einer von insgesamt fünf barrierefreien Toiletten. Toiletten sind natürlich immer extrem wichtig für das Sicher- und Wohlfühlen auf Festivals, deswegen legen wir da besonderen Wert drauf. Das ist der Meeting Point, aber der wird quasi noch ausgestattet werden. Und dann gibt es alle Informationen, die irgendwas mit Barrierefreiheit zu tun haben, aus erster Hand bei uns. Ich weiß gar nicht, ob sich die ZuschauerInnen daran erinnern, aber dieses Festival hat nicht stattgefunden. Und es lag nicht an Corona oder vielleicht indirekt an Corona, sondern es lag, wenn ich mich richtig erinnere daran, dass die Firma, die für die Security zuständig war, für die Sicherheit, nicht genug Personal auftreiben konnte, um diese Veranstaltung zu sichern und dann die VeranstalterInnen das absagen mussten, weil die Sicherheit nicht gewährleistet werden konnte. Und das habe ich noch nie gehört. Das haben sehr viele Menschen zum ersten Mal gehört und deswegen war das Verständnis auch überschaubar von Seiten der BesucherInnen. Wir haben dann eben auch versucht, die Leute zu deeskalieren und Verständnis zu erzeugen. Also das war traurig, weil natürlich so eine Planung auch mit Blick auf das Inklusionskonzept und Awareness-Konzept sehr, sehr viel Arbeit bedeutet und das Puls Open Air einfach schon seit vielen Jahren da gute Arbeit leistet und wir uns da von Jahr zu Jahr verbessern. Und es ist einfach dann traurig, wenn deshalb alles, was man sich so ausgemalt hat und umgesetzt hat und machen wollte, irgendwie ins Wasser fällt. Das ist echt krass. Corona war aber auch für euch eine schwere Zeit. Oder überhaupt für die Kunst- und Kulturbranche? Definitiv. Also für mich als Musiker, uns als Musiker, Nachwuchsmusiker ist es fatal gewesen, muss man einfach so sagen. Also ohne Fördermittel hätten wir das Album in der Form gar nicht machen können, weil uns einfach komplett unsere Einnahmen durch Merch und Live-Spielen weggefallen ist. Und jetzt ist halt das Problem, dass die ganzen Konzerte von Jahr zu Jahr geschoben wurden, die ganzen Touren geschoben wurden und man kaum Raum hat, noch irgendwo zu spielen. Und dazu kommt halt eben noch, dass es auch Zurückhaltungen gibt, eine Band mit einem Sänger im Rollstuhl zu booken, weil die Leute natürlich auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn der Club nicht barrierefrei ist. Und wir dann quasi schon ins Booking dann immer reinschreiben. Wir haben immer eine Möglichkeit gefunden, da irgendwie mit umzugehen. sagen wir wollen spielen, wir wollen uns zeigen und ich wurde vor kurzem auch gefragt, warum ich mir das irgendwie antue und ich sagte, ich will das einfach so. Ich habe ja die These, dass wir mit Freiwilligkeit hier nicht weiterkommen. Also irgendwann brauchen wir Gesetze. Ohne Zweifel, also da bin ich komplett bei dir, ohne Zweifel. Sonst dauert das viel zu lang, wenn wir auf die Bereitschaft von allen warten, dauert das viel zu lang, aber man muss halt auch sagen, es muss zum einen dann überprüft und sanktioniert werden, aber man muss auch unterstützen. Man muss einfach auch den Clubbetreibern helfen, weil denen geht es halt auch teilweise richtig mies. Und gerade wenn wir darüber sprechen, infrastrukturell Dinge zu verändern, dann brauchen die einfach auch Geld. Und sowas wie Denkmalschutz, ich kann es nicht mehr hören. Nee. Ich kann es nicht mehr hören. Also wenn wir da irgendwie 2022 noch drüber diskutieren müssen, ob man Denkmalschutz über die Zugänglichkeit irgendwie setzt, da ist einfach auch, ja. 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 Ich fühle ich. Also da ist wirklich... Ein wiederkehrendes Element dieser Sendung ist, dass ich meine Gäste frage, ob sie ein Mitbringsel mitbringseln wollen. Was hast du mir mitgebringselt? Ich habe... Es wird nicht besonders überraschend sein, aber es liegt mir sehr am Herzen und ich habe ja selbst gesagt, wie stolz ich darauf bin. Deswegen habe ich eine Vinyl mitgebracht, quasi von unserem Album. Die Frage ist natürlich jetzt, hast du einen Plattenspieler? Noch nicht. Dann ist es höchste Zeit. Okay. Ich habe aber auch noch eine CD dabei, aber CD-Player ist halt auch meistens dann schon wieder schlecht. Genauso selten, genau. Ja, genau. Aber wie kommt man dazu, eine Platte zu machen? Das Cover gefällt mir übrigens sehr. Ja, die Erfahrung in den letzten Jahren zeigt einfach, dass die Leute wieder Bock auf Vinyl haben. Das ist ja auch das Schöne daran, das ist halt ein Stück Kunst auch, ne? Ein großes Stück Kunst. Und dass sich das einfach auch gut verkauft unter den Musikfans. Okay. Deswegen haben wir ganze sechs Monate auf diese Platte gewartet, weil die Rohstoffe für die Platten so enorm teuer und selten geworden sind zum aktuellen Zeitpunkt. Genau, die habe ich dir mitgebracht. Vielen, 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 vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich nehme an, die darf ich behalten. Natürlich. Ich hätte noch so viele Fragen gehabt, vielleicht machen wir jetzt einfach ein zweites Mal. Sehr, sehr gerne. Also mit dem größten Vergnügen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke, dass ich auch diesmal wieder eingeschaltet habe. Bis zum nächsten Mal. Tschau, r verg GTX. Tschau, r tinc gült. Tschau, rts.. Tschau, rts. Tschau, rts. Tschau, rts. tomatoes, Montgomery Cert alguma